Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Man kann bei iOS seit iOS 12 eine Bildschirmzeit sich ansehen, wie viel Zeit man am Gerät verbracht hat, welche Apps man benutzt hat, wie oft man das Handy entriegelt hat und man kann sich selbst auch Sperren setzen, dass man sagt, bestimmte Webseiten können nicht aufgerufen werden, zum Beispiel um Kinder zu schützen vor bestimmten Inhalten oder dass man selber sagt, ich möchte gern mein Handy weniger benutzen und deshalb einen Code festsetzt, dass man bestimmte Sachen zu bestimmten Zeiten nicht mehr machen kann und diese Sachen auch nicht ändern kann. Genauso ist es bei mir. Ich habe mir gesagt, ich würde mein iPhone gern ein bisschen weniger benutzen und habe mir deswegen Restriktionen im iPhone festgelegt und bin dann zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, hey, kannst du bitte mal einen Code festsetzen, den ich nicht kenne, sodass ich diese Einstellung nicht verändern kann, sodass ich gezwungen bin, mein Handy zu bestimmten Zeiten weniger zu benutzen. Jetzt habe ich das eine Weile genutzt und habe gemerkt, ich muss an ein paar Sachen noch was verändern, zum Beispiel stehe ich früher auf als das, was ich eingespeichert habe und es ist relativ umständlich, da immer wieder bestimmte Sachen wegzuklicken und bestimmte Sachen zu umgehen und wollte deswegen gern diese Sachen ändern, bin also zu meiner Frau habe gesagt, kannst du bitte den Code mal eingeben, sodass ich diese Sachen ändern kann und sie wusste den Code nicht mehr. Keine Ahnung, das ist vier Monate her, was weiß ich, was das für ein Code war. Ich habe ihn bestimmt irgendwo aufgeschrieben, aber gesucht, geguckt, nicht gefunden. Und ich wollte jetzt gern diese Bildschirmzeitbeschränkung bei mir wieder aufheben, dort ein paar Sachen ändern, damit ich auf Sachen wieder Zugriff habe, weil auch zum Beispiel, wenn man jetzt seinen Affen wieder herstellt und das ist auch mit meinem iPad verbunden, das findet über auf diesen Geräten statt und ich wollte einfach unbedingt diese Änderungen machen und ich wusste diesen Code nicht. Was kann ich also tun? Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal hier in mein iPhone und ihr findet hier unter Bildschirmzeit, dann, wie das hier aussieht, wir sehen, wir haben jetzt fünf Stunden Screen-On-Time heute, viel davon mit dem iPad und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die Auszeit reingehen möchte, dann seht ihr, dass mein Bildschirmzeitcode abgefragt wird. Immer erlauben, auch hier, ich kann nichts ändern, ich kann nur hier reingehen, um zu sehen, wie ich das Gerät benutzt habe, aber nicht, was ich ändern kann, wenn ich was ändern möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Bildschirmzeitcode deaktivieren möchte, dann, hm, vielleicht 1, 2, 3, 4, nee, 0, 0, 0, 0, ich weiß nicht, was der Code ist. Wie kann ich diesen Code herausfinden? Genau das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Computer, entweder einen Windows-Computer oder einen Mac und ein Kabel, um unser iPhone mit diesem Computer zu verbinden. Außerdem brauchen wir iTunes, wer das hier sieht, wenn macOS Catalina schon auf dem Markt ist, wo es kein iTunes mehr unter macOS gibt, dort funktioniert das einfach im Finder, da wird das iPhone dort an der Seite angezeigt. Das allererste, was wir machen müssen, ist, wir müssen in iTunes gehen oder in den Finder, gehen hier auf unser iPhone und wollen ein Backup erstellen. Das Backup wollen wir jetzt erstellen und wir checken hier auf diesem Computer und klicken dann hier auf Backup jetzt erstellen. Warten wir einfach mal kurz, bis das Backup hier erstellt ist. Das kann ein paar Minuten dauern, je nachdem, wie viele Daten ihr auf eurem iPhone habt und Fotos spielen auch mit eine Rolle. Kann also einen kleinen Moment dauern, aber, ja, das müssen wir einmal durchlaufen lassen. Es kann auch sein, dass ihr hier gefragt werdet, ob euer iPhone oder ob euer Computer hier dieses Backup verschlüsseln soll und das könnt ihr gern mit bejahen, könnt ihr gern ein Passwort setzen. Ich habe es bei mir auf jeden Fall gemacht und, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir unser iPhone eigentlich auch wieder abziehen und gehen auf diese Website hier. Die heißt pinfinder.net und diese Software wird uns helfen, den Code herauszufinden. Ihr seht schon, es gibt eine Windows-Variante, es gibt aber auch eine Mac-Variante, zu der sage ich gleich noch was. Ich wähle jetzt hier in meinem Fall mal die Mac-Variante aus und wir können hier die letzte Version herunterladen. Ihr seht, es ist bei mir die 1.7.1 und das scrolle ich hier ein bisschen runter und da sehe ich hier, das ist die Mac-Version und das hier ist die Windows-Version. Ihr könnt normalerweise die 64-Bit-Version verwenden. Falls diese nicht gehen sollte, kann man auch die 32-Bit-Version verwenden. Ich lade mir jetzt einfach hier mal die Mac-Version herunter und die finde ich dann hier oben und kann sich hier einfach öffnen. Die wird dann entpackt und die finde ich dann hier und hier kann ich Pinfinder öffnen. Es kann sein, dass hier gesagt wird, puh, lass mal lieber. Wenn das passiert, dann geht hier in die Systemeinstellungen unter Sicherheit und dann findet ihr hier unten eventuell einen dennoch öffnen Knopf, falls das bei euch hier nicht so sein sollte. Dann finden wir hier einen solchen Text und ihr seht, hier steht jetzt, wir müssen Full Disk Access Required. Das ist jetzt tatsächlich nur auf macOS so und zwar müssen wir dazu auch wieder hier in die Systemeinstellungen gehen unter Sicherheit und Datenschutz. Müssen wir dann hier unten einmal unser Passwort eingeben und kommen dann hier unter Datenschutz, gehen hier auf Plus und suchen dann hier nach Terminal, denn das ist die App, die hier oben offen ist. So, Terminal finden wir hier, können wir einmal öffnen und das wird dann hier hinzugefügt. Jetzt sagt er uns, ja, der ist gerade gestartet, bitte beende den mal und dann können wir auch hier wieder zumachen. Gehen dann hier in den Finder auf Pinfinder und probieren das Ganze nochmal. Mal. So, was passiert jetzt hier? Also, ihr seht, er findet das, wo die Backups liegen. Das ist jetzt auf Windows und MacOS gleich. Er sagt aber auch, das ist verschlüsselt, das Backup. Deswegen müssen wir unser Passwort eingeben. Jetzt geben wir hier das Passwort ein, was wir damals gesetzt haben, um das Backup zu verschlüsseln. Und jetzt wird er das Ganze dekodieren, so dass wir dann darauf Zugriff haben. Das kann ein kleines bisschen dauern. Und dann sehen wir hier einmal vom 26. März, da sehen wir, da ist kein Code gesetzt. Aber wir sehen auch hier, das ist jetzt von gestern Abend, aber ist der gleiche Code, den ich auch jetzt gerade verwendet habe, 7283. Und den Code können wir jetzt einfach probieren. Also hiermit, ihr könnt gucken, welches Gerät das ist, auf welcher Firmware es läuft und wann das Backup gemacht wurde. Und hier könnt ihr jetzt den Code sehen. Und diesen Code müssen wir jetzt eingeben. Das ist der Code, der quasi das Gerät sperrt, die Bildschirmzeit sperrt. Probieren wir mal aus, ob das geklappt hat. Wir gehen also in die Einstellung Bildschirmzeit, Bildschirmcode ändern und in meinem Fall deaktivieren und geben ein 7283, wie es da steht. Und wir sehen, der Code funktioniert und wir haben jetzt vollen Zugriff. Wir können hier auf Auszeit gehen, wir können alles mögliche ändern, was wir ändern wollten. Das ist ja das Ziel, wir wollten den Code deaktivieren und jetzt ist er deaktiviert, weil wir den Code kannten. Ja, das war's. Das war alles, was ihr dazu wissen müsst. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback via Bewertung und Kommentar da lasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.